Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Zuschauer und Freunde des Schuh-Wie-Do YouTube-Kanals. Sofern der Fall eintrifft, dass wir wieder etwas Neues zu bieten haben, machen wir das natürlich auch gerne kund. Und in diesem Fall, ta-ta-ta-ta, die Kollektion der Schuhe im Schuh-Wie-Do hat Zuwachs bekommen. Und zwar eine kleine Auswahl aus der breiten Kollektion von Kemper. Hier haben wir uns hauptsächlich auf die Standardmodelle mit dem Gummizug sozusagen gestürzt. Ganz einfach, weil sie im Bereich der sehr flexiblen Schuhe fast in Barfußart sozusagen eine Ausnahmeerscheinung schon von alleine von der Optik, vom Druck her sind. Und die natürlich jetzt hier ein ungeheures, wie sagt man so, Lieblingsschuh-Potenzial haben. Was mich an diesen Schuhen natürlich so begeistert hat, ist natürlich auch wieder wie bei allen beweglichen und sehr flexiblen Kinderschuhen, diese unwahrscheinlich softe Sohle. Hier, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, in dieser anatomisch korrekten Ausführung, was ich mega toll finde. Und dann natürlich hier für den Frühling mit einem superschönen Druck, der natürlich von Jahr zu Jahr sozusagen wechselt. Diesmal war sozusagen Meerestiere oder Ozean sozusagen das Thema des Schuhdesigners. Und deswegen hat man das Mädchenmodell zum Beispiel mit wunderbaren, leichten Farben in Korallendesign ausgestattet. Und dann gibt es noch dieses wunderschöne Royalblau mit weißem Druck drauf, wo dann sozusagen Kraken, große Meeresfische sozusagen abgebildet sind. Der Klassiker bis zur Größe 26 habe ich jetzt auch mal in einem schönen, frischen Sneaker-Cremeton genommen. Nicht ganz weiß, aber trotzdem, dass die Farben, dass da ein bisschen Helligkeit reinkommt in die Kollektion mit einem sehr schönen gelben und Jeansfarbenen sozusagen Klettverschluss. Und dasselbe noch mal hier für unsere Freunde der Ferrari-Farbtöne oder des Ferrari-Farbtöne. Feuerwehr, Feuerwehr geht auch immer in der Argumentation bei den Kitties. Haben wir hier ein sehr, sehr schönes, kräftiges Rot, ein mattes Rot, wo ich auch wieder der Meinung bin, das kann Junge wie Mädchen tragen. Super toll, wie gesagt, ich zeige es auch gerne noch mal hier von der Einlegesohle her. Ja, schöne breite Zehenbox mit Leder verarbeitet. Ein weiches Schaummaterial unten drunter. Deswegen, ich rede auch nicht hier von Barfußschuhen, sondern wirklich von flexiblen Schuhen, weil wir ja alle wissen, der Barfußschuh braucht so eine Fußkomfort, braucht er nicht. Da wird auch gar kein Wert draufgelegt. Deswegen rede ich auch nur von sehr flexiblen Kinderschuhen hier und nicht vom ausgesprochenen Barfußschuh. Auch wenn die Ausführung in diversen Punkten sehr nah an die eines Barfußschuhs herankommt. So, und dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir hier dafür das eine oder andere Kind in Leipzig oder in Umgebung begeistern könnten. Weil das Schuh wie du hat natürlich schon einen extremen Zuwachs aus anderen Ländern mit erreicht oder bekommen. Das heißt also, gerade unsere Gäste aus Sachsen-Anhalt, würde ich mich freuen, wenn es da dann mal so richtig knallt. In diesem Sinne, gerne bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.